Die Drogen Salzschreuer halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfaltiger Ather's, Downers, Heulern, Lacher wie ein Liter Tequila ein Blatt rum, eine Kiste Bier einen halben Liter Äther und zwei Dutzend Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchen aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen dann bleibt man dazu, extrem zu werden Die Drogen Die Drogen Die Drogen Die Drogen Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchen aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen dann bleibt man dazu, extrem zu werden Die Drogen Die Drogen Die Drogen Die Drogen Ich weiß noch, dass ich auf dem Weg zusammengesagt bin und David hat mir in schlimmen Schott versetzt Für einen Moment dachte ich, sein Verstand hat er ausgesetzt dass er tatsächlich geglaubt hat, dass wir von uns die Drogen mit ihnen cuộc-Unden Menschen und sich dann die Drogen ausgedrückt werden und dann die Drogen an die Drogen ausgedrückt werden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020